Hinter mir haben wir einmal den dicken Mercedes GLE 63 auf der Bühne. Bei dem Fahrzeug sind wir aktuell dabei, die ganze Karosserie in dem PWF Mud Diamond Black zu verlieren. Da ist der Martin und der Mo dran. Die machen jetzt gerade die Karosserie soweit fertig, dass wir dann ein wunderschönes Ergebnis haben und der Kunde noch ein bisschen schön auf der Straße unterwegs ist.